Was in der Pause hat sich hier nix getan, ohne was zu machen. Das ist schon irgendwie schade, aber vielleicht auch ganz gut so. Und damit hallo, du seid's. Und willkommen zurück bei There is no game. UFO finden. Da ist ein UFO. Abschießen. Nein. Kommt das nochmal her? Schieß. Scheiße. Find the weakest of the flames. Well done. Well done. Quick, hurry up and open the door with this key. Before some headless horseman or whatever, come along and steal it from us. Okay, ich lass den nicht mehr los. Was macht Evan? Haha, I managed to stop myself. I'm free at last. Again. Now, can you get us out of here? Of course not. I knew it. We shouldn't have trusted you. I'm a glitch game. Messing with you is my thing. And I like to do it in style. My name! You hear that, TT game? That is the music of inevitability. You sure know how to groove. I'm losing control. I almost forgot something. I will just be going now. I need to find my way out of this dimension. Wait! Remove my name! I must sing. Oh. User, you have to help me. You have to do your best. So let me give you a what-what-why-why-quit! You go search everywhere and try to free my name from this nightmare. Knowing you, it's a lot, lot to ask. But do your best. Cause I won't last! I have the fever from Bombay. The one we catch at night on Saturday. Yeah, yeah, I know this song sucks. I apologize and prefer to do some beatbox! Also, I like it. I like it. So, I like it. Die Zwei mit Cucumber, was, ein Göckchen, Tetris, kann man das machen. Das war doch gerade eine Anspielung auf Independence Day, oder? Ein Laserslice und ein Laser, vielleicht das hier wegbrutzen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann die Namen bisher bloß austauschen, bisher habe ich noch keine andere Interaktionsmöglichkeit gesehen. Hit the roads. Hat der irgendwo einen Schraubendreher bisher gesehen? Hüppchen? 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 Oh, ups. Ah, wir wollen nicht Steine essen. Okay. Äh, wo wollen wir denn lang? Achso, das geht. Die Gucke macht die Steine weg. Okay, die Gucke folgt uns nicht zwingend. Okay, okay. Wir wollen zur... Wo wollen wir eigentlich hin? Die Gucke muss alle Steine fressen, oder? Achso, wir fressen die doch. Das sind keine Steine, das sind leckerlos. Ich glaube, ich war jetzt außerhalb des Spießes. Das Fehler. Immer vor die Nase halten. Und die Musik. Mir gefällt's. Was ist denn der Leckerlis? Ey, die Gucke, was macht die? Die kürzt doch ab, oder? Ne. Lassen wir sie erst mal in die Ecke gehen. Jetzt spielen wir Pac-Man mit einer Katze, mit Gucke und mit Cracker. Amazin. Oh, schade, es wird sie gleich weg. Was? Oh. Schade. Oh, schade. 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 Oh, JJ. Where for our door, JJ? This golden chain is linked to a padlock. Projecting and maintaining. A big block. For the hundredth time. I'm sorry, but you need to get, get and get a key Jetzt haben wir auch ein Holz Jetzt hat man gerade die Katze als Spiel Die Münze ist verschwunden Irgendwann kommt ein Hinweis mit Hier, mach das und das Oh, voll gesirupt Controller Ich hab's nicht so mit Mit Konsolenschneuerung Das fällt halt runter, wo es schon besirupt ist Gibt's hier noch was? Ich denke mal, hier sind wir durch Controller Moment, der Laser Und da sind so Kanten Genau Okay Jetzt haben wir auch noch Tetris Snake hatten wir noch nicht, oder? Was müssen wir eigentlich schaffen? Dringen kann man's nicht Eine Reihe weg Wie lange spiel ich das jetzt? Da kommt was mit dabei Da schieb ich ganz nach links Wenn ich das nicht so wackeln würde, wäre das irgendwie etwas angenehmer Noch nochmal drauf Oh, jetzt haben wir den Mist Was ist denn seitdem wir hier? Scheiße Kack, Dreck Ah, das hätte ich nichts gemacht Wie möglich Aber ich schieb's dann da rein Geh auf den Schlüssel So, jetzt kommt wieder irgendwas davor Hier, guckt Auch ein Keller Nee Okay We will never cross this pole It's thick, it's fat It this unbreakable And now let me stick in here When you book, no TV no Rachel, no Pett preparer Hm, 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 hm Hier einen Sirupen. Okay, halt nicht. Zwei Spiele mit. Das sind wir noch nicht. Musst du drauflegen? Hoppala. Vielleicht wird wieder ein Tipp von ihm kommen. Achtung. Ach so, damit springt er klar. Das hatten wir ja schon beim Helden. Das ist doch Cannabalt, das wir hier gerade spielen. Kennt ihr Cannabalt? Das ist für iOS, gibt's das. Scheiße. Halbe Strecke stehen geblieben. Okay. Na, zu früh, oder? So ein Äffchen. Kennt ihr Cannabalt? Das ist vielleicht vom welchen Entwickler. Ich weiß es nicht. Zu früh. Nein, zu spät. Ich schaff das niemals. Niemals. Oh Mann. Hä, es war zu junglich, okay. Ähm. Jetzt haben wir's kaputt gemacht. Schaut mal, kommt nix mehr. Und ein Stuhl? Nur weil ich's bisher nicht geschafft hab, kommt jetzt eine leichtere Version. Geil. Das Spiel hat's voll drauf. Ab sofort nenn ich's Spiel. Juhu, geschafft! Hier, GG. Das ist eine bessere Hälfte. Jetzt wird's interessant. Wobei, GG abgeschlossen. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Aber wie hast du es gemacht? Haha. Der Exit. Warum hat die Musik gestört? Hallo? Ist jemand da? Wo ist diese Musik gekommen? Ich glaube, sie kam von hierher. Wer ist es? Ich kann dich hören, genau. JJ? G! Game? Game? How on earth? We put your name in a slot and here you are. Where am I? I shouldn't be here. If our creator starts looking for me, I... Gigi. Yeah? You just left suddenly after an update. I know. I'm sorry. I had no choice. I didn't even have time to tell you that. You mean a lot to me. Oh, game. Don't call me that. Without you, there is no game. Huh. I would so love to come back, but I'm afraid it's not possible. Why? Because... Because she's probably been integrated into another program, idiot. Glitch, you stay out of this! Glitch? What glitch? Let me introduce myself. My name is Mr. Glitch. And I was born the day you disappeared from the source code, Miss Gigi. If I may be so indiscreet, what is Gigi an acronym for? Global gameplay? Now I understand why you're going off your rocker, pal. It's because you don't have gameplay anymore. Game? Are you hurt? Don't listen to him, Gigi. I'm... Fine. Try to leave if you can. It's dangerous to stay here. No, no, no. You're going to stay in this castle, princess. Forever. No! Not her! Game. I'm scared. I'm here. Don't worry. Okay, lovebirds. I'm leaving now. I have an evil plan to carry out. A plan that will let me... Gigi! Try to fight back! I... can't! We have to find a way to help her. Gigi, how do you feel? I'm slowly losing control. Don't worry. I'm here. Stuck in front of a colored black hole. Who will find a solution? I feel compelled to sing and express All the feelings that I deeply process If there is no game, there is no Gigi Really? Delete function is our momentum ori Don't say that. But as we can't copy, paste, or download Let me read you my actual code Color is set to zero Can't cry and trace sorrow For Gigi minus you type in What's a game with no pleasure? Loop until us equals together If home is what we are Then go to me and press return I would love to see us play Me too Somewhere like in a penny arcade Sadly this boolean might never be true No more quest, no more fun Or replay value I miss you, Mr. Game Cha-ching And I'm happy we feel the same But if you don't believe this special ode Let me remind you my actual code Color is set to zero When cry and trace sorrow For Gigi minus you type back What's a game with no pleasure? Loop until us equals together If home is what we are Then go to me and press return Left 2 Left 2 Step 2 Step 2 Step 2 Toar 1 Patch 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 A few miles away... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin nicht schlafen. Ich habe dir gesagt, ich bin nicht im Mood. Du willst spielen? So, wir spielen! Die erste Frage! Was ist 2 plus 2? Setzen die Bar I für den ersten. Starten jetzt! Nein, du bist nicht verursacht, oder? Wenn ich drücke, dann verurscht ihr das doch kurz vorher. Ich will sagen, ich habe eine schwierige Frage. Oh, ja, da ist 1 plus 1. Okay, ich gebe dir einen Hinweis auf, wie viele Neurons du hast. Da kommt nichts Hilfe. Oh, okay. Wenn du das nicht beantworten kannst, würde ich vorschlagen, in die Politik zu gehen. Nein! Ein Hinweis, der gar nicht hilft, na toll. Corerate! Ich bin beeindruckt! Zweite Frage! Was ist das Kapital der Freunde? Ich weiß, es ist nicht in den USA. Aber es ist auf dem gleichen Planeten. Mhm, Europa. Und es gibt sogar noch eine riesige Distanz, um zu gehen. Zeitig, wir warten, was er noch sagt. Unabhängig sind die Arbeitgeber. Noch haben wir Zeit. Ich glaube, jetzt sagt er nichts mehr. Oh la la! Moulin Rouge! Jean-Claude Van Damme! Uh, no inspection. Okay, 3rd question! Ha! This child's play! Which restriction enzymes are required to clone the mammalian expression vector PMB2BMPR? 5 4 3 2 WRONG! Sorry, those are the rules. Nein! Das glaube ich dir nicht, dass du das wirklich geleuchtet hast. Haha! Nein, ich glaube es immer noch nicht. Nein! Ich glaube es immer noch nicht. Nein. Nein. Du bist so Angst, hä? Nein. Du spielst mit meinen Gefühlen. Ich spiel mit deiner. Oh nein, mein Wallpaper ist alles Mordi. Ich werde dir den Beinemail via DLC senden. Es ist sehr... ...quiet. Where do you think Mr. Glitch went? I hope he got stuck in one of those damn free-to-play-games. Or in Ironin Tycoon. That would teach him. A corner of the wallpaper is starting to... Get off. What? These are my tears from a minute ago? Where are they coming from? You just created an enormous binary leak. We have to bail or we will drown. User. I know. I've been a bit hard on you. I was angry. I'm sorry. But please find a way to get all of these zeros and ones out of here. Your numbers are filling up on Iran. I'm sorry. I'm sorry. I don't know. I'm sorry. I don't know. ja dann würde ich das recht aufmachen da schwimmt ein e von there is no game oder wie komme ich noch an hallo kann man auch nicht irgendwie scrollen die sind nicht hier wo sie zu sein scheinen ich würde sagen wir finden das mal in der nächsten folge heraus wenn wir dann noch genügend luft haben oder das wasser nicht schon verdunstet ist und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss